So hallo und herzlich willkommen beim Spreebike Bushcraft on YouTube. So ich habe mir nach langem hin und her überlegt mir mal einen Rucksack zu bestellen. Habe mich dazu mal im Internet schlau gemacht und bin auf einen Tipp vom Franken-Tracking vom Holger auf das Soulpack 2 gestoßen. Das habe ich mir bestellt, hier ist es und hier hat aufgesetzte Fächer, vorne ein Mittelfahr, ein großes Hauptfahr, sehr stabile Tragegurte und ein Bauchgurt. Die ich jetzt gerade mal kurz geöffnet habe, ja ich hoffe dass es reichen wird für meine Autoaktivitäten. Nächstes Mal sehen wir uns dann draußen, bis dann.